Wir schauen uns heute an, warum du 0,09765625 Bitcoin bis 2044 haben solltest. Du sparst Bitcoin, aber besitzt weniger als einen ganzen Bitcoin und wirst vermutlich auch nie einen ganzen Bitcoin erlangen. Dann brauchst du keine Panik haben, es spielt nämlich absolut keine Rolle und ich erkläre dir jetzt wieso. Im Laufe der Zeit wird es für die meisten Menschen immer schwieriger sein, ein Bitcoin zu akkumulieren. Meiner Meinung nach wird diese Entwicklung viel zu selten bemerkt, weil sie langsam und kontinuierlich stattfindet. Schon in ein paar Jahren wird es so unvorstellbar wenige Personen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Menschen geben, die einen ganzen Bitcoin besitzen. Noch verrückter ist, dass es in der Zukunft schwer vorstellbar ist, dass es tatsächlich mal Leute gab, die 10 Bitcoin besessen haben, die 100 Bitcoin oder vielleicht sogar 1000 Bitcoin besessen haben. Das Ziel, das viele Leute haben, einen ganzen Bitcoin zu besitzen, wird sich dann ändern zu einem Zehntel Bitcoin und irgendwann auch zu einem Hundertstel Bitcoin. Mit jedem Halving könnt ihr das Ziel immer weiter abnehmen. Auch wenn 0,1 Bitcoin heute für viele Menschen nicht viel ist, möchte ich darauf hinweisen, dass 0,1 Bitcoin sehr signifikant ist und generationenübergreifenden Wohlstand bedeuten kann. Wir werden betrachten, warum das so ist und zum Schluss wirst du auch erfahren, was es denn mit der Zahl von 0,09765625 Bitcoin auf sich hat und was das Besondere an dem Jahr 2044 ist. Das ist nämlich die ganz große Frage, die sich viele Leute stellen, wie viel Bitcoin brauche ich denn wirklich? Brauche ich 0,1 Bitcoin? Brauche ich 1 Bitcoin? Brauche ich 10 Bitcoin? Lin Alden erklärt das hier sehr schön. Die richtige Bitcoin-Allokation, die ist sehr, sehr individuell. Und das Wichtigste bei deiner Investition oder bei deinem Bitcoin-Sparplan ist immer, dass du gut damit zurechtkommst und gut schlafen kannst. Deshalb gibt es nicht die eine Bitcoin-Allokation, die für alle Leute funktioniert, weil jeder Mensch hat ein verschiedenes Risikoprofil. Bist du alleine? Bist du in der Familie? Musst du für andere Leute sorgen? Sorgst du nur für dich selber? Bist du jung? Bist du alt? Es gibt so viele Faktoren, die dein Risikoprofil beeinflussen. Und im Endeffekt ist das Allerwichtigste, dass du dich wohlfühlst mit deinem Investment. Und dementsprechend empfiehlt hier auch Lin Alden, dass man sich wirklich mit Bitcoin beschäftigt, weil desto mehr du dich beschäftigst mit Bitcoin, desto potenziell eine höhere Allokation kannst du eingehen. Weil wenn du einfach nur blind in ein Asset investierst, auch wenn es vielleicht das beste Geld der Welt ist oder die beste Investitionsmöglichkeit aller Zeiten ist, dann bringt dir das relativ wenig. Weil wenn du einfach nur auf einen blinden Glaube in das Produkt rein investierst, dann kannst du nachts nicht ruhig schlafen. Wenn du aber deine Research machst, wenn du unseren YouTube-Channel abonniert hast, wenn du dich informierst über Bitcoin, dann wirst du rausfinden, wow, Bitcoin hat Qualitäten, die kein anderes Asset hat. Und dementsprechend wirst du immer überzeugter in deiner Investment-These. Und dementsprechend fällt es dir auch immer leichter, nachts zu schlafen, auch mit einer großen Bitcoin-Allokation. Ich kenne auch viele Leute, die sind zu 100% in Bitcoin, die haben aber auch den entsprechenden Research gemacht. Die können schlafen wie Götter. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch Leute, die haben nur eine ganz, ganz kleine Bitcoin-Allokation. Die können aber nicht schlafen, weil sie denken, Bitcoin ist was total riskantes und spekulatives. Oh, habe ich jetzt hier mein Geld verzockt und was hat es mit der ganzen Volatilität auf sich? Dementsprechend ist die Bitcoin-Bildung so wichtig, um die richtige Bitcoin-Portfolio-Allokation für dich zu finden. Und es ist jetzt auch noch super spannend, was Lynn Olden hier sagt. Sie sagt nämlich, du brauchst gar nicht unbedingt eine extrem große Bitcoin-Allokation, weil historisch haben wir gesehen, dass Bitcoin alles outperformt. Das heißt, selbst wenn du jetzt nur 3, 4, 5% Bitcoin-Allokation in deinem Portfolio hast, dann wird es, wenn die Bitcoin-These aufgeht, über den Verlauf der Zeit dazu führen, dass deine Bitcoin-Allokation auf einmal nicht mehr 3, 4, 5% ist, sondern auf einmal 10%, dann auf einmal 20%, dann vielleicht 30%, 40% und vielleicht irgendwann den Hauptteil deines Portfolios ausmacht, weil einfach Bitcoin die anderen Assets outperformt. Das heißt natürlich nicht, dass das garantiert so passiert. Aber weil Bitcoin einfach das knappste, das seltenste Gut auf der Welt ist, hat es natürlich wirklich das Potenzial, auch über die nächsten Jahre weiterhin andere Assets outzuperformen. Und wenn das passiert, dann reicht dir vermutlich auch eine relativ kleine Bitcoin-Portfolio-Allokation, um trotzdem einen sehr, sehr großen Effekt auf deinen zukünftigen Wohlstand zu haben. Und dann Nummer 2 ist, ich denke, Dollar-Cost-Avergung ist ein guter Weg zu approachen, weil, auf der einen Seite, wenn man eine Art vonnummern und einen appreciating Asset, wie Bitcoin, usually Lump-Sum mathematically beats Dollar-Cost-Avergung, weil du es in früher. Aber in practice, ein paar Lump-Sums happen towards peaks. People buy in wenn es gut ist, wenn es gut ist. Whereas, I think, the mentality you get of being able to buy a little bit every day or every week, so when Bitcoin is having a really bad time, you're at least giving yourself some solace that you're picking up some cheap sats. Sie empfiehlt hier absolut Dollar-Cost-Avergung zum Betreiben. Selbst wenn du denkst, du hast sehr viel Bitcoin-Bildung und du bist sehr fit in dem Thema, dann fällt es doch den meisten Leuten sehr, sehr schwierig, den Markt zu timen. Wenn man einfach Durchschnittspreise kauft, zum Beispiel jede Woche Bitcoin kauft oder jeden Monat Bitcoin kauft, die tiefen Preise kauft, die hohen Preise kauft, dann hat man einfach einen Durchschnittspreis. Und für die meisten Investoren, nicht für alle, aber doch für den Großteil der Investoren, macht das natürlich wirklich sehr, sehr viel Sinn. Man nimmt die Emotionen raus, man hat alles automatisiert. Man hat dann vielleicht nicht die allerbesten Einstiegskurse, aber man hat auch nicht die allerschlechtesten Einstiegskurse. Und über den Verlauf der Zeit wirst du sehr, sehr gut fahren. Auf jeden Fall besser als die meisten Trader, weil die meisten Trader sind nicht profitabel in dem, was sie machen. Das hier ist ein super interessanter Einblick. Hier wird nämlich die Wall Street mit einem Casino verglichen, nur dass das Casino ein Fake-Casino ist. Und das ist auch das, was ganz, ganz viele Investoren erfahren müssen, dass sie einfach blind in irgendwelche Sachen investieren, weil es jetzt irgendwelche Trends gibt, ETFs oder irgendwelche Aktientrends gibt. Und dann investiert man einfach sein Geld blind oder man gibt vielleicht sogar noch jemand anderem sein Geld, der das Geld für jemanden verwaltet. Hier wird die Wall Street als etwas Manipulatives beschrieben, indem die Würfel gefaked sind und die Märkte manipuliert sind. Es Preisabsprachen gibt, es große Leute gibt, die die Märkte beeinflussen können. Und dementsprechend kommt es in der klassischen Investmentwelt oftmals vor, dass Leute es nicht schaffen, die Inflation out zu performen. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Leute, die auch gute Deals haben, die auf gute Aktien setzen, die vielleicht auf gute ETFs oder vielleicht auch gute Rohstoffe setzen. Und man kann das jetzt wirklich alles durchdiskutieren, ob denn die Manipulation an der Wall Street wirklich so verheerend ist oder ob das zu vernachlässigen ist. Aber definitiv ist das Fakt, dass es an der Wall Street sehr große, mächtige Player gibt, die den Markt beeinflussen können, die vielleicht auch Dinge manipulieren können, die Dinge so hindrehen können, wie sie wollen. Und dementsprechend wird der kleine Anleger an der Wall Street oftmals betrogen. Große Player haben vielleicht auch Insider-Informationen. Wir haben selbst Politiker gesehen, die Trades machen anhand von Insider-Informationen. Sowas darf natürlich eigentlich nicht zustande kommen. Und bei Bitcoin haben wir natürlich hier ein ganz anderes System, das nicht beeinflussbar ist oder halt viel, viel weniger beeinflussbar ist von großen Player. Natürlich kommt jetzt durch BlackRock und Co. auch institutionelles Interesse in Bitcoin, institutionelle Kaufkraft, die natürlich auch potenzielle Markteingriffe oder potenzielle Marktmanipulation erlaubt. Aber die Manipulation bei Bitcoin ist hier definitiv um ein Vielfaches geringer. Und das macht natürlich Bitcoin umso interessanter als Investment, weil wir hier nicht den Markteingriff von großen Akteuren haben, die das Casino, wie hier beschrieben wird, manipulieren. Die meisten Kryptowährungen und genauso auch unser Fiat-Geld ist Bullshit, weil es einfach unendlich kreiert werden kann, weil es Foundations dahinter gibt, weil es zentrale Akteure gibt, die einfach die Regeln vom Geld ändern können. Bitcoin ist begrenzt. Bitcoin hat keine Firma. Dementsprechend ist natürlich Bitcoin hier bei weitem überlegen. Man darf sich hier nicht verrückt machen lassen von den ganzen Versprechen von irgendwelchen Kryptowährungen. Genauso darf man sich nicht verrückt machen lassen von der Staatspropaganda, die einem immer wieder erklärt, warum denn der Dollar oder der Euro so gut ist und warum die Währungen alle so stabil sind, wenn sie das aber auf dem Papier gar nicht sind. Auf dem Papier sehen wir ganz klar, dass es historisch belegbar ist, dass Fiat-Währungen immer gegen Null gehen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die ganzen Kryptowährungen, die sehr, sehr viele Versprechen machen, die Versprechen meistens nicht halten und im Endeffekt hinter den ganzen Projekten Kryptowährungen oder Fiat-Geld einfach nur leere Luft steckt. Und das ist jetzt hier noch ein super spannender Punkt von Tour de Mester. Er redet hier über das Bitcoin-Fieber. Er sagt, dass das Bitcoin-Fieber noch gar nicht wirklich ausgebrochen ist. Alles, was wir bislang gesehen haben in den Bull-Märkten, waren entweder FOMO-Käufe oder Gear-Käufe, weil einfach neue Leute zu Bitcoin gekommen sind, wegen der Gear oder wegen der Fear of Missing Out, weil sie einfach an dem Momentum teilhaben wollten. Und wenn neue Leute über das Momentum, über den Preis in Bitcoin kommen, dann werden natürlich auch ganz viele von den Leuten irgendwann die Bitcoin, wenn es um 10, 20 Prozent wieder runtergeht, sofort wieder verkaufen. Aber es bleiben doch auch immer wieder Leute im Bitcoin-Space, die dann ihren Research machen, die sich bilden. Solche Leute werden dann zu Langzeit-Hotlern. Aber er spricht hier noch zwei wichtige Punkte an, warum wir noch kein globales Bitcoin-Fieber gesehen haben. Als Bitcoin-Fieber versteht er hier im Endeffekt nichts anderes, wie einfach, dass wir eine krasse Mainstream-Adoption haben, dass Bitcoin wirklich extrem in den Mainstream kommt, dass wir bei ARD, ZDF positive Bitcoin oder neutrale Bitcoin-Berichte haben, dass es den Weg bis in die Schulen findet, dass jeder sich mit Bitcoin auseinandersetzt. Dazu ist es noch nicht gekommen. Und dementsprechend ist auch alles, was wir bislang gesehen haben, nur Gear oder FOMO getrieben gewesen. Was aber jetzt noch passieren könnte, was wirklich ein krasses Bitcoin-Fieber auslösen würde, wenn die Leute auf einmal nicht mehr wegen Gear oder FOMO neu zu Bitcoin kommen, sondern wenn neue Leute zu Bitcoin kommen, weil sie die Fundamentals verstehen, weil sie verstehen, dass Bitcoin das knappste Gut der Welt ist, dass Bitcoin dezentral ist, dass Bitcoin viele Eigenschaften hat, die sonst kein anderes Finanzasset hat. Das ist der erste Grund, warum er ein potenzielles Bitcoin-Fieber auf uns zukommen sieht. Der zweite Grund, den er sieht für ein potenzielles Bitcoin-Fieber, ist aber noch viel signifikanter. Er sagt nämlich, dass es noch nicht so weit gekommen ist, dass die Leute aus Angst in Bitcoin fliehen. Natürlich ist es zu einem kleinen Teil bestimmt schon passiert irgendwo in Kriegsszenarien oder dass Leute einfach den Staat hinterfragen oder auch das Fiat-Geld hinterfragen. Aber desto mehr natürlich das ganze Fiat-System uns um die Ohren fliegt, desto übergriffiger der Staat wird, desto mehr Leute werden natürlich nach Alternativlösungen suchen. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir eine große Kapitalflucht von den Fiat-Währungen in Bitcoins sehen werden. Sowas hat laut Tour de Mester einen unglaublichen Effekt auf den Bitcoin-Preis. Es könnte Bitcoin in ganz, ganz andere Regionen schießen, Regionen, von denen wir uns vielleicht noch nicht mal träumen können. Das hat natürlich immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich genial für den Bitcoin-Preis. Auf der anderen Seite ist natürlich sowas immer auch schlecht für den Wirtschaftsraum, für die Leute, die in dem Wirtschaftssystem leben. Weil, was hast du davon, wenn der Bitcoin-Preis auf einmal bei 10 Millionen ist? Wenn aber deine ganze Stadt, das ganze Land in Feuer und in Flammen steht? Wenn das Theater brennt, dann ist Bitcoin der einzige Ausweg. Momentan suchen natürlich Leute noch den Ausweg. Zum Beispiel in Immobilien, in Aktien oder in anderen Assets, vielleicht auch in Gold oder anderen Rohstoffen. Und natürlich zu einem gewissen Teil funktioniert das. Aber wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass Staaten immer übergriffiger werden, und wir sehen solche Tendenzen in Europa, dann werden auch die Leute merken, hey, meine Immobilie, die kann ich nicht einfach mitnehmen. Die Aktie, die kann mir auch jemand zensieren, die kann mir auch jemand enteignen. Mein Unternehmen, das kann mir jederzeit einfach vom Staat weggenommen werden. Aber bei Bitcoin, da habe ich eine absolute Sicherheit. Das kann mir nicht einfach von der zentralen Position weggenommen werden. Und das kann laut Tour de Mester zu einem extremen Bitcoin-Fieber führen, wenn Staaten übergriffiger werden, wenn vielleicht noch CBDCs eingeführt werden. Das sind natürlich alles keine schönen Szenarien. Aber dementsprechend ist es natürlich wichtig, auch nicht einfach blind das Ganze mitzumachen, sondern sich schon jetzt einen Plan B zu überlegen. Bitcoin ist hier der Plan B. Wer jetzt sich schon mit Bitcoin beschäftigt, hat hier tendenziell auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber den Leuten, die sich nicht damit beschäftigen, die dann zwangsläufig dazu gezwungen sind, über die Angst, weil einfach ein Staat übergriffiger wird, weil auf einmal dein Konto gesperrt ist, weil auf einmal deine Assets konfisziert sind. Das sind natürlich jetzt alles Horrorszenarien. Man will sowas auch nicht herbeiprophezeien. Aber es sind Szenarien, die man definitiv durchdenken muss. Und hier ist natürlich dann das ultimative Argument für Bitcoin. Wenn die Leute Angst bekommen, werden sie in Bitcoin fliehen. Und das beflügelt natürlich den Bitcoin-Preis. 1 Million Bitcoin, Omega-Candles. Lasst uns eure Gedanken darüber nachdenken. Wenn man das vor dem Ruhe sieht, dann ist das Signal da. Und das Signal ist, dass man eine massive Menge Anmeldung auf alle neuen 9. Die sind ungefähr 200 bis 275 Millionen pro Tag auf jeden Tag. Und wenn man das in BTC-Terms betrachtet, dann sind das ungefähr ungefähr 9000 Coins. Und wir produzieren 900 pro Tag. Und es wird ein Verbrauchskrunch sein, weil man eine massive Menge Anmeldung hat. Leute wie Sams und Mao reden hier sogar schon von einer Omega-Candle. Es wird zu einem absoluten Preisschock kommen. Zu einem Angebotsschock. Genauso wie zu einem Nachfrageschock. Wir sehen momentan, dass die Bitcoin-ETFs Bitcoin ohne Ende kaufen. Wir haben ständiges Kaufinteresse. Dazu haben wir natürlich noch das Bitcoin-Halving, was vor der Türe steht. Es gibt natürlich auch noch viele andere Gründe, die für einen steigenden Bitcoin-Preis sprechen würden. Aber Sams und Mao sieht es tatsächlich nicht als unrealistisch, dass wir Omega-Candles sehen. Für viele Leute ist das auch vielleicht eine Frage, was ist überhaupt so eine Omega-Candle? Man hört das vielleicht immer wieder mal bei Twitter oder so. Also es gibt God-Candles. Und God-Candles bedeutet im Endeffekt nichts anderes, wie eine positive Preisbewegung innerhalb von einem Tag von mehr als 10.000 US-Dollar. So was haben wir bislang noch nie gesehen. Sams und Mao spricht aber hier nicht mehr von God-Candles, sondern er spricht schon von Omega-Candles. Eine Omega-Candle wäre eine positive Preisbewegung pro Tag von über 100.000 US-Dollar. Also eine unglaubliche Bewegung. So was, was wir noch nie gesehen haben. Und Sams und Mao ist ja nicht der einzige, der von solchen Preisbewegungen ausgeht. Es gibt ganz, ganz viele andere Leute, die auch von extremen Preisbewegungen ausgehen, die extremes Potenzial in Bitcoin sehen. Und da haben wir halt einfach eine sehr, sehr große Differenz. Wir haben den Mainstream, der Bitcoin noch gar nicht erkennt, der einfach verschlossen ist gegenüber Bitcoin. Auf der anderen Seite haben wir Leute wie Sams und Mao, die so überzeugt sind von Bitcoin, dass sie selbst Omega-Candles für nicht ausgeschlossen sehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wer von den beiden Seiten recht hat. Ist es der Mainstream, der verschlossen ist gegen Bitcoin oder sind es die ultimativen Bitcoin-Bullen wie Sams und Mao? Die Wahrheit wird wahrscheinlich wie immer etwas in der Mitte liegen. Auf jeden Fall ist die Nachfrage nach Bitcoin momentan viel höher, als täglich neue Bitcoin in den Markt kommen. Beim Halving wird sie das natürlich noch mal halbieren. Und dann werden noch weniger Bitcoin in den Markt kommen. Ob das schon für eine Omega oder für eine God-Candle reicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber es kann natürlich noch sein, dass Nation-States dazu kommen, die auf einmal über Nacht sagen, wir investieren jetzt in Bitcoin. Und da wird im Endeffekt ein Nation-State reichen, um Bitcoin über Nacht einfach mal um 10.000 Dollar oder mehr weiter den Preis positiv nach oben zu bewegen. Bitcoin scheint sehr schnell zu bemerken. Es bewegt sehr schnell und auch sehr schnell hoch. In den letzten Jahren haben wir 20x in 9 Monaten gesehen. Ich denke, mit diesen neuen Sourcen zu demanden, kannst du 20x in Wochen einfach 20x in 20 Wochen. 20x 50k ist 1 Million. Genau. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr guter Punkt hier von Samsung, weil Bitcoin überrascht sehr oft viele Leute. Wenn alle super bullisch sind, dann sehen wir oftmals einen Preisrückgang. Wenn alle ultra bärisch sind, auf einmal geht Bitcoin durch die Decke. Und bei Bitcoin kann es teilweise auch sehr schnell gehen, dass dann der Bitcoin-Preis auf einmal einem davon rennt, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Man wartet noch auf die Korrektur, bis dann Bitcoin wieder bei 10.000 US-Dollar ist. Auf einmal ist dann der Bitcoin schon bei 100.000 US-Dollar. Man ist gar nicht nachgekommen mit Kaufen und man hat natürlich jetzt auch keine Einstiegschancen mehr billig, bei 10.000 Euro Bitcoin zu kaufen oder bei 10.000 US-Dollar. Und was auch ganz, ganz spannend ist bei Bitcoin, oftmals ist es wirklich so, dass Bitcoin relativ langweilig ist, einfach seitwärts geht oder nur langsam nach oben geht, dann vielleicht wieder etwas korrigiert, dann wieder langsam nach oben geht, wieder etwas korrigiert. Und da sehen wir nicht wirklich viel Action. Und dann gibt es aber im Jahr so 10, 15, 20 Tage oder so, wo richtig viel passiert, wo dann Bitcoin mal um 10% nach oben schießt oder wo Bitcoin mal über Nacht um 20% nach unten fällt. Und das spricht auch wieder für das Argument von Lynn Oldham am Anfang mit dem Dollar-Cost-Average, weil wenn man die 10 oder die 15 best-performensten Tage bei Bitcoin im Jahr verpasst, dann verpasst man fast die komplette Rendite von Bitcoin. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig, auch über einen längeren Zeitraum in Bitcoin investiert zu sein, einfach um die krassen Preissprünge dann auch mitnehmen zu können. Weil wenn du denkst, okay, ich gehe jetzt raus, ich warte jetzt auf den perfekten Einstiegsmoment, in der Zeit, wo du rausgehst, kann es sein, dass Bitcoin schon um 20, 30% gestiegen ist und du dann die ganzen Gains verpasst hast. Und es geht auch sehr schnell hoch. In den letzten Jahren haben wir 20x in 9 Monaten gesehen. Ich denke, mit diesen neuen Sources der Demand, kannst du einfach 20x in Wochen sehen. 20x 50k ist 1 Million. Genau. Diese Bewegungen sind einfach normaler Bitcoin-Business. Also es ist nicht verrückt, dass wir Omega-Kandle von 100k sehen können und wir können Bitcoin bis 1m hoch gehen. Er spricht hier davon, dass es locker möglich ist, den Bitcoin-Preis zu verzwanzigfachen in wenigen Wochen. Also er spricht jetzt hier nicht mehr davon, dass wir an einem Tag so eine krasse Preisbewegung hätten. Aber eine Verzwanzigfachung, da wären wir bei einem Bitcoin-Preis von 1 Mio. US-Dollar. Er sieht es definitiv möglich, dass das innerhalb von Wochen möglich ist. Weil das krasse ist ja auch, wenn bei Bitcoin so eine FOMO reinkickt, wenn das wirklich dann parabolisch geht, dann kommt wirklich eins zum anderen. Und wenn halt der Preis steigt, dann hat halt Bitcoin immer die Tendenz, dass der Preis dann noch weiter steigt. Das heißt, der Preis steigt, wenn der Preis steigt, dann kommt mehr Interesse rein, dann kommen die Medien dazu, dann bekommen die Leute FOMO. Wir sehen auch, die Retailer sind noch gar nicht wirklich da. Wenn das Retailer-Interesse natürlich noch dazu kommt, wenn auch die kleinen Leute auf einmal gucken, okay, Bitcoin, jetzt ist wieder am neuen All-Time-High, jetzt gucken wir uns wieder Bitcoin-Videos an, jetzt kommt es im TV. Wenn sowas passiert und auch noch die Retailer dazukommen, dann kann laut Samsung Mow das wirklich dazu führen, dass man innerhalb von wenigen Wochen auch einen Bitcoin-Preis von 1 Mio. US-Dollar sieht. Die ganze Frage ist dann natürlich auch immer, wie lang bleibt dann Bitcoin auf 1 Mio. US-Dollar? Weil wenn was sehr, sehr schnell hochgeht, dann hat es auch die Tendenz, sehr, sehr schnell wieder abverkauft zu werden. Ich denke definitiv, bei 100.000, bei 500.000, bei 1 Mio. US-Dollar, das sind so magische Grenzen, wo auch Leute dann Gewinne mitnehmen werden, wo dann Leute auch die Bitcoin wieder abverkaufen werden. Dann wird es auch wieder sehr, sehr viele Verkäufer geben. Deshalb 1 Mio. US-Dollar, natürlich ist es irgendwie möglich, aber ich denke schon, wenn Bitcoin wirklich auf 1 Mio. oder 500.000 schießt, dann wird man auch sehr, sehr schnell wieder Abverkäufe sehen. Und dann kann es vielleicht von einem korrigierten Top, wenn es wieder runtergeht, wieder langsam hochsteigen. Aber dass wir gleich auf 1 Mio. steigen und dann auch bei 1 Mio. bleiben, das sehe ich schon momentan noch als sehr, sehr unrealistisch. Er spricht auch davon, dass wir in vergangenen Bull-Zyklen auch schon eine Verzwanzigfachung des Bitcoin-Preises haben. Das heißt natürlich nie, dass der vergangene Bullen-Zyklus immer der gleiche sein muss wie jetzt auch in Zukunft. Aber wenn wir einfach mal in die Vergangenheit schauen, wenn wir uns da eine Verzwanzigfachung hernehmen, wenn wir jetzt das extrapolieren und sagen, okay, in diesem Bullen-Run gibt es auch eine Verzwanzigfachung, dann ist wieder die 1 Mio. gar nicht so unwahrscheinlich. Er sagt auf jeden Fall, dass krasse Bitcoin-Bewegungen nichts Besonderes sind und dementsprechend auch die 1 Mio. gar nicht so Besonderes ist, wie viele Leute annehmen. Das ist halt auch wirklich die große Frage, ob es jetzt über die nächsten Jahre wirklich dazu kommen wird, dass wir Diminishing Returns haben. Das heißt, dass die Zyklen immer weniger Rendite, immer weniger Gewinne auswerfen. Oder dass es wirklich so sein wird, dass der letzte Bullenmarkt eigentlich ein verkürzter Bullenmarkt war, die eigentlich noch viel höher rausdroppen hätten sollen, aber dann FTX einen Strich in dem Ganzen dazwischen gemacht hat. Und dementsprechend wir jetzt wieder so einen richtig krassen Bullenmarkt sehen werden, wie vielleicht der Bullenmarkt von vor zwei oder von vor drei Zyklen. Und dementsprechend, wenn wir wirklich wieder so einen Bullenmarkt haben, wie von vor drei oder vor zwei oder vielleicht vor vier Zyklen, dann sind auch 1 Mio. US-Dollar Bitcoin-Preise laut Samsung Now hier kein Problem. Ich für mich persönlich sehe das lieber immer etwas konservativ. Ich gehe immer lieber von konservativeren Zielen aus, vielleicht eine Verdopplung, vielleicht eine Verdreifachung. Und dann lasse ich mich lieber gern nach oben überraschen, als dass ich hier davon ausgehe, dass wir schon fast safe bei einer Million sind. Und dann wird man im Endeffekt enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Es ist alles im Möglichkeitsbereich. Keiner kann in die Zukunft schauen. Es sind alles nur Aussagen und Ansichten von verschiedenen Leuten. Weder ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, noch Samson Mauer. Macht euch euer eigenes Bild. Niemand kann wirklich in die Zukunft schauen. Und dementsprechend sind natürlich auch Prognosen immer mit etwas Skepsis zu betrachten. Das waren jetzt natürlich alles ultra bullische Statements für Bitcoin. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch noch anschauen, was hat es denn mit den 0,09765625 Bitcoin auf sich? Und warum ist das Jahr 2044 so entscheidend für Bitcoin? Und dazu springen wir jetzt mal in das Jahr 2044. Das sind rund 20 Jahre in der Zukunft. In diesem Jahr wird wahrscheinlich das neunte Bitcoin-Halving stattfinden. Wir leiten die neunte Epoche von Bitcoin ein. Für das erste Mal in der Historie wird circa ein Zehntel von einem Bitcoin alle zehn Minuten ausgeschüttet, um genau zu sein 0,09765625 Bitcoin. Alle zehn Minuten wird es dann ein neues Bitcoin-Supply für das Bitcoin-Netzwerk geben. Wenn ihr 2044 0,09765625 Bitcoin besitzt, dann ist das vergleichbar wie heute, wenn ihr 6,25 Bitcoin besitzt. Es ist jeweils der Block-Reward, der alle zehn Minuten ausgeschüttet wird. Wenn du jetzt 0,09765625 Bitcoin besitzt, dann mag das vielleicht für dich nicht viel sein. In rund 20 Jahren könnte das Wohlstand für Generationen bedeuten. Das könnte Wohlstand für deine ganze Familie, für dein ganzes Umfeld bedeuten. Rund 0,1 Bitcoin kann ein absoluter Game-Changer sein in 20 Jahren. Und wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, welches Ziel soll man sich denn setzen? Und das ist natürlich, wie gesagt, schon eine sehr, sehr individuelle Frage. Soll ich jetzt 1 Bitcoin, 0,1 Bitcoin oder 0,09765625 Bitcoin? Was ist denn jetzt das optimale Ziel? Und ich will euch heute mal eine ganz, ganz spannende Perspektive auf das Thema mitgeben. Fokussiert euch hier nicht genau auf eine Zahl, also ob 1, 2 oder 10 Bitcoin, sondern fokussiert euch auf eine Zahl in Relation zu einer gewissen Zeit. Das heißt, macht euch zum Ziel, dass ihr eine komplette Block-Subsidie irgendwann euer eigen nennen könnt. Und dann seht das Ganze noch mit dem entsprechenden Zeithorizont. Das heißt, wenn ihr heute wirklich richtig fett am Start sein wollt mit eurer Bitcoin-Allokation, dann bräuchtet ihr laut der Herangehensweise 6,25 Bitcoin, weil so viel wird aktuell alle 10 Minuten ausgeschüttet. Das ist natürlich eine unglaubliche Summe. Das sind mehrere hunderttausend Euro Investment. Das kann sich fast niemand leisten. Aber was passiert denn, wenn wir jetzt unseren Zeithorizont etwas weiter in die Zukunft transportieren, wenn wir nicht mehr sagen, wir brauchen 6,25 Bitcoin jetzt, sondern wir setzen uns einfach das Ziel, eine komplette Bitcoin-Block-Subsidie zu haben. Aber nicht jetzt, sondern vielleicht bis in 20 Jahre, bis in 30 Jahre, bis in 40 Jahre. Und wenn wir dann einfach das Beispiel hernehmen von den 20 Jahren in der Zukunft, dann brauchen wir jetzt nur 0,09765625 Bitcoin und haben damit eine ganze Block-Subsidie. Wir müssen dann natürlich tendenziell die Bitcoin auch noch für 20 Jahre hodeln. Und wenn die Spieltheorie aufgeht, dann werden die rund 0,1 Bitcoin bis in 20 Jahren so extrem viel wert sein, dass sie wahrscheinlich auch im Verlauf der Zeit alle anderen Assets, die ihr in eurem Portfolio habt, outperformen wird. Die Zeit in dieser Betrachtungsweise arbeitet hier nämlich wirklich für euch, weil viele Leute haben jetzt wirklich FOMO, oh shit, die Bitcoin-Preise steigen, ich kann mir keinen ganzen Bitcoin mehr leisten. Aber das ist natürlich nur ein Problem, wenn dein Zeithorizont sehr beengt ist, sehr kurzfristig ist. Desto länger dein Zeithorizont, desto tendenziell weniger Bitcoin reichen dir auch, um Wohlstand für Generationen zu kreieren. Das ist natürlich auch alles keine Garantie, dass ihr dann mit rund 0,09765625 Bitcoin Wohlstand für Generationen kreiert. Das ist einfach mal nur eine Herangehensweise. Das ist einfach mal nur eine neue Perspektive, wie man an die ganze Thematik rangehen kann. Das heißt, die Dinge, die man jetzt hier mitnehmen kann aus dem Video sind erstens, dass ihr euch nicht unbedingt versteifen müsst auf eine absolut fixe Zahl, die es unbedingt zu akkumulieren gibt, sondern macht es euch zum Ziel, dass ihr es irgendwann schafft, eine komplette Blocksubsidie zu besitzen. Und ob das dann 2044 die 0,09765625 Bitcoin sind oder eben 2080 etwas weniger Bitcoin oder vielleicht 2100, wenn ihr bis dahin noch lebt, noch weniger Bitcoin. Das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Ihr könnt auch sagen, okay, die ganze Herangehensweise macht für mich gar keinen Sinn. Ich finde das Konzept scheiße, sondern ich überlege mir was komplett anderes. Dann ist es natürlich auch okay. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass wenn auch ihr jetzt vielleicht eine kleine Portion bloß ein Bitcoin in eurem Portfolio besitzt, magst du nur zwei oder fünf Prozent sein, dann kann es dazu führen, dass die zwei oder fünf Prozent in eurem Portfolio über die nächsten Jahre extrem wachsen werden und alles andere in eurem Portfolio outperformen wird und zusätzlich natürlich auch die Allokation wachsen wird und dann vielleicht die kleine Bitcoin Portion auf einmal die größte Allokation in eurem Portfolio sein wird. Schreibt mir jetzt unbedingt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Herangehensweise 0,09765625 Bitcoin bis 2044? Haltet ihr das für ein angemessenes Akkumulationsziel oder sagt ihr, nein, Schwachsinn, das macht gar keinen Sinn für mich? Dann ist es genauso in Ordnung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ganz, ganz wichtig, unser neuer Webshop ist jetzt online. Hier könnt ihr Tickets für Bitcoin Events bei uns hier im Bitcoin Hotel erwerben. Wenn ihr auch mal Bock habt, euch persönlich mit Bitcoiner zu treffen, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Events, wo wir Workshops haben, Vorträge haben, internationale Speaker, wo wir verschiedene Events mit verschiedenen Kernthemen haben. Außerdem bieten wir auch Workshops an. Das heißt, wenn ihr das ganze Bitcoin-Wissen noch etwas vertiefen wollt, dann könnt ihr auch gerne einen Workshop bei uns buchen, wo wir dann Schritt für Schritt durchgehen, wie man sicher Bitcoin kaufen kann, was die besten Wege sind, um seine Bitcoins sicher zu verwahren. Die Grundlagen werden da euch gezeigt. Das heißt, es gibt bei uns im Webshop wirklich für alles, was vom Bitcoin-Markt sie dir einfach Bock hat, ein Wochenende mit Plebs abzuhängen und die beste Zeit seines Lebens zu haben, bis zu Anfängern, die sich noch sehr, sehr unsicher sind und erst mal langsam in Bitcoin einsteigen wollen und bei einem Workshop von uns an die Hand genommen werden und ihnen Step-for-Step genau erklärt wird, wie sie in die finanzielle Unabhängigkeit durch Bitcoin kommen. Schaut also unbedingt mal vorbei www.shop.hotel-prinzess.de. Der Link befindet sich in den Shownotes. Ich verabschiede mich hier aus dem schönen El Salvador. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out.